Mein Name ist Thomas Lettner. Ich bin bei der Linzer G. Leiter für den Bereich Bäder. Für die ganzen Badeanlagen in unserer Stadt. Die Linzer G hat sich dem Thema Energiesporn verschrieben. Wir haben hier in der letzten Zeit einige Projekte umgesetzt. Einerseits im Bereich der Anlagenoptimierung. Dann haben wir verschiedenste Solaranlagen, sei es kermisch, sei es auch mit Photovoltaik ausgerüstet. Und wir haben uns aber auch mit der Entwärmung von Abwässern, die in den Knall gehen, beschäftigt. Das haben wir schon vor 25 Grad gemacht. Damals mit mäßigem Erfolg. Das Problem war immer, dass sich die Wärmetascheflächen entsprechend mit dem Verschmutzungsgrad zugesetzt haben. Und hier der Wärmeausbau immer schlechter funktioniert hat. Mit dem System der Firma Renotec gibt es hier jetzt eine Lösung. Wir haben uns das natürlich genau angeschaut und haben uns entschlossen, dieses System zu probieren einzubauen in unserer Anlage hier im Umlaufbad. Und wie jetzt die ersten Monate im Betrieb zeigen, können wir sehr, sehr zufrieden sein. Das System funktioniert tadellos und wir haben sehr schöne Einsparungswerte im Bereich der Energie. Die Zusammenarbeit mit der Firma Renotec war sehr erfreulich. Es hat alles Problemlos geklappt. Es ist alles zeitgerecht fertig geworden. Wenn man sich jetzt die Ergebnisse nach einem halben Jahr anschaut, kann man wirklich sehr zufrieden sein. Wir haben sehr gute Energieeinsparungswerte rund um ein System, das man durchaus empfehlen kann einzubauen. bring. Da ist alles irgendwie ein ZDOT, Da ist alles einmalig. Du bist nicht fertig geworden. Ich bin durch die Regel eingeladh. Da ist ein Bremsen.